Hallo und herzlich willkommen auf meinem kleinen, aber feinen Kanal. Ja Leute, heute gibt es ein neues Video mal endlich wieder von mir. Und zwar, wie ihr seht, habe ich mir ein kleines Spiel runtergeladen. Den Flugsimulator, den probieren wir heute aus. Mal sehen, was der zum Bieten hat. Aber zuerst natürlich ein kleines, kurzes Intro. Dann geht's los. Willkommen zu diesem neuen Video, Leute. Ja, wie ihr seht, haben wir heute eine andere Ansicht. Ich nehme das Ganze mit dem Handy auf, weil der Laptop leider in Benutzung ist. Aber das macht nichts. Ich glaube, für dieses kleine Spiel da, für den Flugsimulator wird es auch reichen. Aber okay, sehen wir es uns an, was das Ding zu bieten hat. Let's starten. Okay. Was haben wir da? Next. Select. Next. Ah, okay. Da kann ich hier Flugzeugen auswählen. Da gibt es noch vier Flugzeuge. Okay. Und ich mache 747. Select. Wo fliegen wir? Tag, Nacht oder Abenddämmerung? Na Tag. Okay. throttle, roll, pitch, air brakes. Ich habe nicht einmal noch was gemacht. Jetzt steht schon irgendwie schief das Flugzeug. Geben wir mal Gas. Hier wird aber schon sehr schief, ey. Das ist X. X, oder was? Und ich gehe sie durch rauf, ja. Und zu oben. Uh, ich komme da nicht durch. Oh, Gott. Ich komme nicht mehr zurück, ey. Das ist ja unkack. Ich gehe. Okay. Bremsen. Ja, okay. Was ist das? Ja, okay. Das ist das? Ja, okay. Das ist ja. Und ich gehe nicht vor. Und ich gehe nicht vor. Ich gehe nicht vor. Gas hoch. Oh Gott. Ich bin aber irgendwie beschießend schief. Wieder Grotstellen. So passt das. Das ist urbeschießen zum Steuern. 4 von 22 Checkpoints. Da ist das nächste Ziel. Das ist sehr schwer zu steuern. Gut. Das nächste Ziel da vorne. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, das ist irgendwie ein zarkes Spül hier, wie so ein Hindyspül. Nicht einmal die Höhe oder was kann man da anschauen. Wo ist der Nächste, da vorne? Okay, kann ich jetzt schon sagen, spart euch das Geld. Es war zwar eine Aktion für 2€, ich glaube 2€, aber das ist nicht euer Unterspiel. Nein, das macht keinen Spaß. Kommt da oder was? Ich weiß nicht, kein Checkpoint mehr. Wo ist der Nächste Checkpoint? Ich bin zufern nicht mehr wieder da. Ach, Kacke. Kann man schon abheben, das geht aber schnell. Ich komm gar nicht rauf mit dem Trick. Schauen wir mal, ob ich das jetzt hin kann. Der Motor ist aus. Fangen wir mal an. Bumm. Bumm. Okay. Bumm. 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 Bumm.